Am 1. Februar 1982 entstand durch den Zusammenschluss der Staaten Senegal und Gambia offiziell die Konföderation Senegambia. Eine gemeinsame Außenpolitik, ein Militär, eine Währung und eine gemeinsame Führung waren für den Verbund dieser zwei Republiken geplant. Doch bereits im September 1989 kam es aufgrund unterschiedlicher Interessen zum Bruch zwischen beiden Seiten. Seitdem gehen die Staaten wieder getrennte Wege. Die Föderation hatte insbesondere einen wirtschaftlich positiven Einfluss auf die Casamens, die senegalesische Region südlich von Gambia. Der Senegal umgibt fast vollständig das Staatsgebiet von Gambia. Diese außergewöhnliche Grenzziehung geht auf die Kolonialzeit zurück. Der Senegal war damals französische Kolonie und das Gebiet entlang des Flusses Gambia wurde dem britischen Kolonialreich einverleibt. Die beiden westafrikanischen Staaten sind beide Anrainer des Atlantischen Ozeans. Die Halbinsel Cap Ver bildet den westlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents. Der Senegal hat eine Fläche von rund 196.000 Quadratkilometern, ist damit etwas mehr als halb so groß wie Deutschland und rund 18 Millionen Einwohner. Gambia hat nur rund 10.000 Quadratkilometer, also viermal das Saarland, womit es der kleinste Staat auf dem afrikanischen Festland ist und hat rund zweieinhalb Millionen Einwohner. Hauptstädte beider Staaten sind Dakar und Banjul. Nachbarstaaten sind Mauretanien im Norden, Mali im Osten sowie Guinea und Guinea-Bissau im Süden. Klimatisch weist der Norden des Senegals ein trockenes Wüstenklima auf. Daran schließt sich weiter südlich ein semiarides Steppenklima an. Der Süden kann ein tropisches Savannenklima vorweisen. Hier sorgt der westafrikanische Monsoon von April bis Oktober für hohe Niederschlagswerte. Große Teile des Senegals gehören zur Sahelzone, der relativ trockenen Übergangszone zwischen Sahara und Savanne, die besonders durch eine fortschreitende Wüstenbildung bedroht ist. Die wichtigsten Flüsse der Region sind der Senegal, er bildet die Grenze zu Mauretanien, und der Gambia. Im Südwesten befinden sich in den Mündungsgebieten Sümpfe und Mangrovenwälder, darunter der Nationalpark Delta du Saloum. Größter See ist der Giersee im Norden Senegals. Bekannt ist daneben auch der sehr salzhaltige Redba-See, der im Französischen aufgrund seiner besonderen Verfärbung auch als Lac-Rose bezeichnet wird. Dakar ist mit deutlich über drei Millionen Menschen im Ballungsraum die größte Metropole des Senegals, sowie dessen politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum. Andere größere Städte sind Saint-Louis, Thies, Kaolac oder Ziganchor, als wichtigstes Zentrum der Casamans. Die mit Abstand größte Stadt Gambias ist Serikunda. Die Stadt gehört mit der benachbarten Hauptstadt Banjul zum Ballungsraum Combo-Saint-Mary-Area. Amtssprachen sind Französisch in der Republik Senegal und Englisch in Gambia. Die Bevölkerung ist jedoch ethnisch und linguistisch sehr divers. Die wichtigsten sprachlichen bzw. ethnischen Gruppen sind hier Wolof, die größte Ethnie in Senegal, die Sprache ist wichtige Verkehrssprache in Senegal, aber auch in Teilen von Gambia, Pular, eine Variante des Fulfulde, Sera und Mandinka, welche die größte Gruppe in Gambia ausmachen. Alle diese Sprachen gehören zur Familie der Niger-Kongo-Sprachen. Die wichtigste Religion in beiden Ländern ist der Islam, dem über 90% der Bevölkerung angehören. Wichtigste Minderheit sind Christen. Beide Länder gehören zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Erde. Der Senegal hat ein Pro-Kopf-Einkommen von rund 1500 US-Dollar, während Gambia nur auf etwas über 800 US-Dollar kommt. Wichtigstes landwirtschaftliches Erzeugnis und Exportprodukt beiderseits der Grenze sind Erdnüsse, die traditionell besonders im sogenannten Erdnussbecken angebaut werden. Andere wichtige Erzeugnisse sind Baumwolle, Reis, Hirse oder auch Zuckerrohr. Ackerbau wird besonders intensiv in den niederschlagsreicheren Regionen im Südwesten betrieben. Außerdem ist der Fischfang in beiden Ländern aufgrund des Fischreichtums in den Küstengewässern von Bedeutung. Während Gambia keine nennenswerten Bodenschätze hat, verfügt der Senegal besonders über Phosphat und auch Eisenerz. Wichtige Industriezweige sind die Lebensmittelindustrie, Textilien sowie die Chemieindustrie. Bei den Dienstleistungen ist besonders der Tourismus als wichtige Geldquelle für beide Länder zu nennen, insbesondere der Badetourismus entlang der Petite Côte. Salih-Portudal gilt als wichtigstes Seebad und touristisches Zentrum Westafrikas. Daneben entwickelt sich der Ökotourismus im Hinblick auf die zahlreichen Vogelarten der Region. Der 2017 eröffnete neue Flughafen von Dakar ist der wichtigste internationale Flughafen und ist durch eine moderne Regionalbahnlinie an das Zentrum der Hauptstadt angebunden. Es bestehen in anderen Städten Flughäfen von regionaler Bedeutung und südlich von Banjul befindet sich Gambias einziger Flughafen. Der Schiffsverkehr ist besonders für den Warentransport von herausragender Bedeutung. Dakar ist hier durch die vorteilhafte Lage führend. Daneben sind auch Kaolak, Banjul und Siganchor zu nennen. Ansonsten sind Straßen wichtiger Verkehrsträger. Im Jahr 2019 wurde schließlich die Senegambia-Brücke eröffnet. Sie verbindet die gambischen Landesteile nördlich und südlich des Flusses. Bis dahin bestanden lediglich zwei Brücken im Osten des Landes und ermöglicht gleichzeitig eine bessere Anbindung der Casamens an das restliche Staatsgebiet des Senegals. Und hier endet der kurze Überblick zu den beiden westafrikanischen Staaten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.